hallo leute herzlich willkommen zusammen card und ein neues video und zwar heute befassen wir uns mit dem spiel meint magic nicht meinte magic sondern meint magic und ja vielleicht schon erraten es ist ein ein mina games ein bisschen mit tower defense elementen zumindest habe ich das so auf den screenshots gelesen und genau wir gucken mal als erstes englisch leider nur schade soundvolumen können keinen können nicht einstellen ob es musik ist okay es gibt anscheinend keine musik aber ja kein problem how to play was ist das okay also auch sogar doch mit strategie elementen anscheinend okay wir spielen am besten einfach mal das tut teuer würde ich sagen ich hatte lesen ihr wisst das ja ich bin aber play to teuer hallo build an orc do it let him fight for you okay ok ist cool von hier kommt sozusagen die gegner und hier muss ich wohl bauen und sowas alles ökonomie und sowas okay cool queen crystals hier soll ich hin denn hier drauf okay was ich mache hier drauf oder die muss ich okay jetzt minen hier oder was eigentlich ganz simpel ja nächste welle brauche ich auf jeden Fall zwei leute er heilt immer wieder okay der troll ist ein healer okay und die minen sind wohl dafür da um das ganze zu kontrollieren drill beam okay ah okay cool okay jetzt muss ich das hier expanden was ist mit dem spell wo ist mein spell hin also es gibt aber foot wofür ist foot ah also es ist so eine mischung aus strategie so ein bisschen ja also aus ja ressourcengewinnung so klein bisschen basenbau und eben tower defense okay now upgrade it so ja sauber wo ist die axt wo ist die axt ich brauche die axt hier hm da kann ich das hier ah ich kann hier abkühlen ah jetzt verstehe ich es zack zack okay reicht noch nicht wamana gut aus ja ah jeden tag kann ich äh jeden tag jede runde kann ich dann wohl so ein dings hier kaputt machen und dann auch expanden okay hier ist leider nix schade ich hätte den mal hier kaputt machen sollen okay so musst du immer schön expanden gut goblin mage hat dann auch ressource was brauche ich dafür mana ja mana kann ich natürlich nicht machen habe ich natürlich nicht ach die machen auch mana die dinge ah oder was ach die generieren wohl alle mana oder wie darf ich das jetzt verstehen hm keine ahnung ah ne okay irgendwann sind die auch weg okay irgendwann kann ich die nicht mehr äh verbessern dann muss ich die anderen ressourcen nutzen jetzt jetzt verstehe ich das okay okay schade okay schade gut egal ich kann ja leider nicht machen geht es hier weiter kann ich weiter kämpfen schade ja nun geht es nicht weiter okay aber ich habe es ich habe es verstanden ungefähr wir würden starten die ganze mist mal ich habe es aber verstanden wie es funktioniert ja hoffentlich klappt es ist nicht abgestürzt scheint abgestürzt zu sein schade ja scheint so gut starten einfach nur neu passiert gut 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 ich habe gar nicht build an orc do it let him fight for you if he's killed he will revive after the wave ends okay die kommen also immer wieder wird schön dass auch vertont ist auch wenn es englisch ist aber ist cool das vertont okay 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 komisch jetzt ist es hier jetzt ist auch richtig ich habe hier gemacht und das war falsch jetzt passt es auch besten immer zuerst man am ein und dann die sorgen dafür das upgrade ist oder beziehungsweise ich andere monster kriege okay okay produktivität okay was fehlt denn ach wieder mana okay und zeigt er das hier alles immer an das ist gut das heißt ja nicht dass hier vielleicht nehme könnte ich das noch nehmen dann das und dann das und das gut ja aber wieder irgendwie passt dieses dings nicht zusammen dieses dieses tutorial also irgendwie klappt das nicht ich muss jetzt den mage bauen aber ich habe nicht genug mana also irgendwie das tutorial haut gar nicht hin also vergesstet macht nicht das tut mir das tut mir nur zum anfang das reicht wir starten einfach mit der kampagne was passiert hier läuft einfach so durch bäume ja mini teufel ja wir halten sogar auch gebäude der troll oha jetzt muss ich aber ein hier alles klar ganz wichtig was macht ihr jetzt protection ok ok ich denke mal wir machen erstmal hier so trolle ein goblin okay machen wir zwei ochs mehr können wir erst mal nicht tun ja mehr können wir erst mal nicht tun genau so was reicht denn auch ok mit wie er aus dem auch schön mithers wünschen gut kann immer noch keine dings bauen deshalb machen wir mal hier neue mandapool das dauert auch kristalle haben wir ja kristalle brauche ich kristall ist gut brauchen wir an die metall ist da jetzt dachte scheiße und medall toll ich will jetzt einfach ach kann ich auch nicht okay ist halt so können hoffen dass sie es jetzt schaffen da sieht okay aus immer noch nicht schwer da ist leider nichts drin gewesen schade so hier metall ja wo ich denn überhaupt metall hier jetzt zu kassel erwähnte match ok dafür mache ich das also ok ja lass uns mal klopfen ob die sollte ich schon schaffen gerade so haben sie es noch geschafft ich kann immer noch keinen holen ja dann holen wir jetzt den dritten org so genau und los geht's ja hoffen sie durchkommen machen wir hier die kasse ein bisschen stärker und los geht's und hat gereicht kann immer noch gehen holt kriege ich denn bitteschön geld hier sind kristalle so zack ne ach hier ist geld da er wollte gleich hoch machen ja beim gelb ist geld grün wo ist grün hier ist auch noch mal geld ok könnte ich sogar erweitern erreicht noch nicht schade gut was sind das schlag snake man vergiften die ok wo das wird knapp und nein oh nein ja gut die überlebe ich ab muss es nicht aber es wirftet einfach nicht genug ab total blöd schade er kann nichts machen aber es war eine gute idee noch einen vierten zu bauen so hat sich der schaden ein bisschen aufgeteilt komm haut drauf gerade so reicht aber immer noch nicht das kann nicht wahr sein oder bestimmt eine ganze armee hier nur aus orcs ja der muss irgendwie geld produzieren das kommt mir nicht rein ja durch esse ich essen das kriegen wir hin aber mehr auch nicht ja ich kann nichts machen ab falsch angefangen die halten gut aus die orcs sind wir auch immer die die nicht verletzt sind ja wahnsinn da macht ist die zwei die können wo ich durch super aber jetzt jetzt kann ich so ein orc endlich bei so unseren troll endlich bauen der heilt wir machen mal so ein beam kaputt nix denn nichts drin protection kann kasper zu im pilz stage das muss ich machen während ich hier so okay ging recht schnell jetzt nochmal troll hier ach da fehlen wieder diese steine shit jawohl da sind die steine gut wunderbar mit halb brauche ich eigentlich gar nicht so weil ich eher geld wegen metall mal hin ich brauche viel viel geld gut ok angriff und die sind echt stark ach du scheiße aber geschafft gut gut aber die kann ich auch noch verstärken aber brauche ich wieder essen rein ohne essen kann ich sie nicht verstärken so was passiert hier ist wieder nix so die ist fertig kommt auch wieder essen rein magie kristall nächstes mal kann ich mir ein troll bauen guck mal das reicht voll sind echt stark wo war ja wo war ja wo war ja hoch und ziehen echt gut ab alter ist krass ja das ist schon krass ich kann leider immer noch keinen neuen troll bauen ich bin jetzt einfach mal die kassel hier 15 welt muss ich schon wenn ich das so richtig verstehe dann geht doch nicht man endet das denn also geld kriege ich recht wenig muss ich sagen da bin ich nicht so ganz zufrieden mit so war das grüne hier aber das auch noch mal voll ok und los und so minotaurier tauren boss was machen platt scheiße ich glaube ich schaffe das nicht oder es wird sehr sehr knapp ok schaffe ich noch das war echt heftig es kommt jetzt big snake man ok ich glaube das kann ich eh schon vergessen das wird einfach zu heftig weil das eine kampagnenmission ja so wie viel soll ich nicht schaffen ok das war es glaube ich oder nach einer welle könnte ich noch überstehen krieg aber auch echt nicht genug das ist einfach viel zu wenig was ich wieder kriege hier an geld einfach jetzt kann ich den auch mal nehmen gut ja mehr kann ich die mal immer das packt es jetzt oder packt es nicht was für eine massenschlacht auf sie jetzt kommt die magier mache ich platt hier wieder wieder so mich durch geschummelt hier aber jetzt aber noch mal ein troll ja jetzt könnte ich so ein ober gebrauchen jetzt bestimmt riesen stark kassel feierwart okay da ist ja wir müssen auch ein bisschen die kassel ausbauen wer kann ich erst mal nicht machen dann habe ich ja zwei healer aber auch hier bringt gar nichts wenn die nicht heilen können wenn sowas von zerrubbt aber ich habe es wieder so überlebt mehr kann ich auch erst mal nicht tun weiter die feuer hat die tut was somit der match mehr heilung da muss ich eben nur die kassel ausbauen das bringt mir glaube ich mehr als wenn ich das alles andere hier machen was kommt jetzt magok monster ok zwei große mehr kann ich leider nicht rausholen das war es oder ja das war es die kassel ist echt stark die ist auf jeden fall richtig richtig stark deswegen sollte die weiter ausbauen black boner ließ ließ hielt bei die link damit ja also man braucht echt viel geld ich weiß nicht warum das hier so ewig dauert verstehe ich echt nicht egal weiter wo sind die stark die kassel haben sie echt zu tun ja also da muss ich mal sagen komme ich immer noch gute heile davon egal ich pumpe einfach alles in die kassel rein scheiß drauf auch nichts mehr ja das machen wir einfach mal einfach hier einfach alles hier nehmen und dann ist gut irgendwas wird schon produziert ok weiter kassel macht es ja alles alleine ich kann doch nicht mal so ein ok oder irgendwas bauen naja ich versuche mal die jetzt jetzt abzukehlen ich kann nur eine abquälen ich muss die einzelne abquälen ach du scheiße auch noch es ist schon heftig das ist schon heftig also am meisten braucht man gold und gold ist echt wenig wenn er schießt da hinten hallo greift doch hier vorne an was macht er so lustig die kassel rettet einfach alles wofür brauche ich denn die einheiten hier wenn die kassel einfach alles rettet ok was könnte ich jetzt gebrauchen egal wir kaufen einfach alles alles einmal kaufen und fertig so 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 Scheisse. Scheisse, Masi kaputt. Die nächste Welle schaffe ich nicht. Also jetzt bin ich erledigt. Oder spätestens, wenn der Boss kommt. Lothar. Okay. Das scheint hier so ein bisschen Warcraft zu sein. Warcraft Tower Defense. Okay. Ja, das war's. Mehr kann ich nicht erwarten, ich glaube. Mehr kann ich euch jetzt hier nicht machen. Großartig, außer... Das hier ein bisschen auszubauen. Aber das war's eigentlich schon. Das war's schon. Oha. Ja. Was da alles ankommt, das war die letzte Welle. Weil ich habe auch die Zauber nur einmal. Krass. Ah, die muss ich wahrscheinlich kaufen. Okay. Die Burg, ne? Die hält einfach stand. Guck dir das an. Die macht hier alle fertig. Wahnsinn. Das ist echt krass. Die ist so gut. Oh, kann ich jetzt was anderes bauen? Ne. Jetzt hätte ich echt noch ein bisschen Geld gebraucht. Dann hätte ich den bauen können, den Ogre. Scheiße. Ich versuche mal ein paar Healer. Drei Healer. Ne, also trotzdem wenig, aber... Egal. Mehr kann ich jetzt auch nicht tun. Zack. Da geht auch nichts mehr. Hier geht aber noch was. So. Der Lothar. Ja, sieht doch fast so ähnlich aus. Aber nur fast... Oha, der hat hier einen Grafik-Clitch. Ich glaube, das soll so nicht sein. Ich glaube, das war es jetzt. Jetzt macht er mich putsch. Ja, der macht ja fast 100 Schaden. Und tschüss. Tja, schade. Das wäre die letzte Welle gewesen, ne? Okay, schade. Hier steht Start New Copain, ey. Das ist echt krass. Auf jeden Fall krass. Okay, also man muss ganz anders anfangen. Man braucht auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld am Anfang. Und ja, also so an sich hat es mir gut gefallen. War sehr spaßig. War spannend auf jeden Fall. Ja. Hat auch dir das gefallen? Dann hinterlasst einen Daumen. Und auf jeden Fall ein Abo. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.